Jo Leute, tanze bei Grimm Gables oder der Noby Hütte oder Willows bla 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 und zwar während du verchromt bist. Wir machen das mal jetzt ganz auf einfach. Ich weiß, das Chromzeug kannst du finden, wenn du irgendwas kaputt schlägst, was verchromt ist. Brauchst du keinen Cent oder keinen Goldbarren, keinen Nugget für ausgeben. Ich mache es jetzt aber mal so. Schaut mal hier, ich lande einfach hier bei diesem Kollegen Maximilian, kauft mir einfach mal so ein Ding. Fliegt hier hoch. Und dann einfach hierher. Ich habe jetzt einfach mal zwei gekauft. Jetzt bin ich bei Grimm Gables. Da landen wir jetzt. Dann schallern wir das auf uns drauf und dann machen wir hier mal ein Emote. Und das war es schon gewesen. Ey Leute, eine Sekundenaufgabe. Also ziemlich easy das Ganze. Viel Spaß mit dieser Lösung. Abo und Like wäre nice. Bis dann. Ciao, ciao.